Hallo zusammen auf meinem Kanal Linsensuppe. Wie man sieht sitze ich nicht im Plauderpub, sondern vor einem grünen Tuch. Ja und warum ein grünes Tuch? Ja, weil ich so machen kann und jetzt auf einmal ein Video von mir im Hintergrund läuft oder so oder so. Ganz einfach, ich habe jetzt ein Greenscreen. Leider ja Greenscreen nicht ganz perfekte Farbe habe ich jetzt gemerkt, aber das wird es noch ändern. Ich habe schon einen neuen Stoff gefunden, aber ich habe ihn noch nicht bekommen. Aber ich wollte unbedingt mal ausprobieren, wie das geht mit dem Greenscreen und ich finde es wirklich eigentlich sehr sehr einfach. Die ganze Umsetzung, klar es ist nicht Niveau von einer Tagesschau oder so, aber für meine Zwecke langt das vorig. Und darum wünsche ich noch einen ganzen schönen Abend allen oder Tag oder was auch immer und bis zum nächsten Mal bei Linsensuppe. Tschüss!